Wie sieht das? Hat es schon verrostet? Sieht gut aus. Ach so, da ist alles so. Ja, ja. Alles verkleidet. Und hier ist überall so ein Hohlraum Wachs drauf. Hier ist überall so ein Wachs drauf. Alles schön eingeschmiert. Ne, hier sieht gut aus. Alles gut. Also da... Ja, also generell überall sehen ja, dass überall alles eingeschmiert. Die haben gelernt. Das war eine Zeit lang immer ein Problem. Denn da ist so aus, gerade keine Deckel oder? Ne. Ne, das würde sonst zu heiß werden. Das ist quasi die Abgasklappe. Das ist eine Klappe hinten, die zugemacht werden kann. Ach so, eine Frage. Ja. Ja.